Sie hören Karfreitagstod, ein Altötting-Krimi, von Anton Leishuber, erschienen im Gmeine Verlag. Gelesen vom Autor. Produziert von der Hörbuchmanufaktur Berlin. Jesus aber schrie mit lauter Stimme. Dann hauchte er den Geist aus. Da riss der Vorhang im Tempel in zwei Teile von oben bis unten. Evangelium nach Markus. Selbstmord ist die abscheulichste Sünde, mein Kind. Die einzige, die man nicht mehr bereuen kann, weil Tod und Missetat zusammenfallen. Miller in Kabale und Liebe von Friedrich Schiller. Fünfter Akt, erste Szene. Judas Iskariot ist derjenige, der Jesus verraten hat. Dieser Name steht synonym für den Verräter an sich. Er ist nicht zu verwechseln mit dem Apostel Judas Thaddeus. Die ersten Lichtstrahlen des Tages durchbrachen das Dunkel. Der Himmel wurde eine Spur grauer und war nicht mehr so schwarz. In stockfinsterer Nacht hatte sie ihr Kloster verlassen und war zum Kapellplatz hinüber geeilt. Seit einigen Minuten war sie dort nicht mehr allein. Komisch, dass an diesem Morgen so viele Leute unterwegs waren. Das kam nie vor. Eine Ansammlung junger Menschen stand auf der Wiese vor dem Altöttinger Rathaus um etwas herum, das auf den ersten Blick wie ein Tapeziertisch aussah. Der Zweite bestätigte diese Vermutung. Vorsichtig näherte sie sich. Die Gesichter, die sie in der Dämmerung erkannte, waren alle in ihrem Alter. »Fifi«, hörte sie eine weibliche Stimme aus der Gruppe rufen und Maria Evita versuchte auszumachen, wer sie im trüben Licht erkannt hatte. Sie trug nicht wie gewohnt ihren Habit, sondern zum ersten Mal außerhalb der Klostermauern ihren blauen Jogginganzug. Es war eine alte Schulfreundin. Ronja Paukenschlager. Diese hob die Hand und winkte Maria Evita zu sich. Nein, das passte ihr jetzt überhaupt nicht. Maria Evita hatte keinen Kopf für eine frühmorgendliche Unterhaltung. Sie beließ es bei einem »Guten Morgen« aus der Ferne und wandte sich zur Stiftskirche, um weiter ungestört durch die kühle Luft zu laufen, bevor sie ins Nonnenkloster zurückkehren musste. Unter ihren Schuhen knirschte der Kies. Dieses Schleifen und Kratzen hatte etwas Vertrautes, das auf einmal durch zwei unbekannte Stimmen durchbrochen wurde. Wo sie herkamen, war nicht auszumachen. Nach ein paar Metern verstand Maria Evita, worum es den Männern ging. Der eine hieß Johannes, den anderen sprach dieser mit Thaddeus an. Beide versuchten, ihre Stimmen im Zaun zu halten, was ihnen jedoch nicht gelang. Maria Evita sah zwei schattenhafte Umrisse in der Entfernung. Sie standen unweit des Denkmals für den Heerführer Tilly zwischen Gnadenkapelle und Stiftskirche. Beide Männer waren so mit sich beschäftigt, dass sie Maria Evita nicht entdeckten. Ich verkaufe dir nichts mehr. Aus, bumm, basta. Ich bin ein für alle Mal raus aus dem Geschäft, flüsterte der eine. Johannes, bitte, fliehte der andere. Thaddeus, du bist ein nerviges Etwas. Hör auf, mich zu verfolgen und lass mich in Ruhe. Wer hat dir verraten, dass ich hier bin? Noah hat zurückgetextet. Maria Evita drückte sich in eine Ecke des Bogenumgangs der Gnadenkapelle. Sie war sicher, dass sie beide Stimmen schon einmal gehört hatte, hatte aber zu keiner ein Gesicht vor Augen. Du schuldest mir noch was, Johannes. Garantiert nicht. Wenn, dann schuldest du mir noch die Kohle für das letzte Mal, Tati. Thaddeus' Stimme schwoll an. Johannes, du bist eine dumme Sau. Ich, ich. Leise, verdammt nochmal. Was ist? Willst mich etwa hinhängen? Dann wanderst du mit in den Bau. Maria Evita vernahm schnelle Schritte auf dem Kies und das Gespräch der beiden Männer war beendet. Sie atmete tief durch, denn das Gehörte bereitete ihr Unbehagen. Langsam trat sie aus ihrem Versteck, setzte einen Fuß vor den anderen und blickte sich vorsichtig nach allen Seiten um. Die beiden Männer waren verschwunden. Maria Evitas Knie zitterten. Was sollte das alles bedeuten? Der Balken gab ein leises Ächzen von sich. Der Dachstuhl wurde plötzlich von einem Lufthauch erfüllt, der sich durch die Ritzen des alten Gemäuers seinen Weg gebahnt hatte. Die Schuhspitzen bewegten sich dabei um wenige Zentimeter hin und her. Der Körper baumelte in der Luft. Kein Zucken, kein Todeskampf, nichts. Die Schlinge schnürte sich tief in das Nackenfleisch. Der Strick hielt, bis wieder Windstille eingetreten war. Dann sackte der Leichnam verbunden mit einem dumpfen Geräusch in die Tiefe. Tagebucheintrag Zwei Jahre und neun Monate zuvor Vielleicht ist es besser, wenn ich das alles einfach beende. Ich kann nicht mehr. An jeder Stelle scheint es zu brennen und ich komme mit dem Löschen nicht hinterher. Was habe ich nur angefangen? Entweder bin ich auf der Arbeit oder ich stehe auf einer Baustelle. Zum Abschalten bleibt keine Zeit und permanent plagen mich die Sorgen, wie ich das Geld an die Bank zurückzahlen soll, wobei ich eigentlich noch viel mehr benötige, um alles fertigzustellen. Wir brauchen ein Zuhause und allein kann ich alles nicht mehr stemmen. Ich habe meiner Oma versprochen, mich um ihre Häuser zu kümmern. Wenn nicht bald ein Wunder geschieht, bin ich am Ende. Ich fürchte um meine Gesundheit. Mein Schatz will sich nicht von ihrem Mann trennen und wir sehen uns kaum noch. Ich brauche ihre Nähe. Schatz, ich brauche dich doch. Erstes Kapitel Rette mich, Herr, vor dem ewigen Tod Über den Kirchendächern flackerte die Hitze. Die Frühjahrssonne war an jenem Tag so stark, dass Kaplan Seitlinger fürchtete, einen Sonnenbrand zu riskieren, wenn er sich nicht ordentlich einschmierte, sobald er seine Dienstwohnung verließ. Das Wetter tat an diesem Karfreitag nichts, um die von seinem Arbeitgeber verordnete trübe Stimmung zu unterstreichen. Nun saß er auf der Terrasse des Eiscafés Cortello am Altöttinger Kapellplatz, hatte heimlich einen Spritz vor sich und schob alle unbequemen Gedanken an die drohende Hölle beiseite, weil er sich einen Drink an diesem strengen katholischen Fastentag gönnte. Bis er seine Ministranten wieder vor der Stiftskirche in Empfang nehmen musste, hatte Seitlinger noch zehn Minuten. Das reichte, um auszutrinken und vielleicht noch einen zweiten hinterherzukippen. Die freundliche Kellnerin würde ihn bei seinem Arbeitgeber nicht verpetzen. Da war er sich sicher. Zeitgleich hatte sich der Altöttinger Frauenbund unter Führung seiner Vorsitzenden Baronin Nowotny auf der anderen Seite des großen Platzes niedergelassen. Die Damen waren direkt nach ihrer Chorprobe für Ostersonntag in der Stiftskirche zum Kramerschen Hotel zur Post hinüber geschlendert. Dort hatten sie an der Ecke beim Devotionalienhandel Unterbrammer unter den aufgespannten Sonnenschirmen geräuschvoll Platz genommen. Petronella Schosi, die Haushälterin des emeritierten Stadtpfarrers Monsignore Hirlinger, trommelte ungeduldig mit ihren Fingern auf der Tischplatte. Ihre Augen wanderten zwischen der Stiftskirchturmuhr, die über dem Dach der Gnadenkapelle hervorschielte, und dem freien Platz vor dem Altöttinger Rathaus hin und her, als würde sie ein Tennismatch verfolgen. Langhaarige Menschen veranstalteten auf der grünen Fläche davor ein lautstarkes Get-together. Genervt hob Fräulein Schosi ihren Kopf und blickte zur Turmuhr. Wann würden die Zeiger endlich zwölf anzeigen? Seit einer gefühlten Ewigkeit weigerten sich der Minuten- wie auch der Stundenzeiger ihre Plätze zu verlassen. So blieb es fünf vor zwölf. Auch das befreiende, hölzerne Mittagsklappern von der Kirchturmspitze her blieb aus, denn die Glocken schwiegen ja nach altem Brauch. Statt des Geläuts kamen heute in allen katholischen Gebieten diese hölzernen Instrumente mit ihrem... Statt des Geläutschen